So, moin Leute und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal zu einem neuen Let's Play von American Ninja Warrior Challenge. Ich spiele heute die Season 5, so sieht sie aus. Ihr wisst Bescheid, wenn ihr die anderen Teile gesehen habt. Die kleinen Elemente, Bubbles sind die Training und so weiter. Kann ich Training oder Workout, kann mir Zeug kaufen. Man sieht es natürlich, ich habe keine Kohle mehr, das heißt, ich werde jetzt, äh, huch, trainieren. Custom, soll ich mal Custom nochmal trainieren? Also man kann hier sich diese Custom-Kurse, äh, selber anlegen. Kann sozusagen, äh, gucken, okay, was, was muss man jetzt, was kam noch nicht so gut, wo habe ich mal Bock drauf, das Zeug zu trainieren. Bei mir wäre es wahrscheinlich, ja, was wäre es denn bei mir? Das wahrscheinlich, das kann ich mir gerade nicht, diese Sonic Curve, kann ich mir gerade nicht holen. Das kann ich hier nicht, diese Rolling, dieses Rolling-Ding, das heißt, ich würde das einfach mal hinzufügen. Gut, das habe ich schon, sehe ich gerade. Äh, Rope Swing kann ich eigentlich, ähm, ich gucke mal, dass ich noch irgendwas nehme, was ich noch nicht kann. Broken Bridge kann ich auch, glaube ich, nicht. Ich würde mal sagen, ich nehme die Broken Bridge und hier nehme ich mal, äh, die Geschichte. Rolling kann ich ja, wollte ich ja eigentlich gerade wegnehmen. Würde ich jetzt mal tauschen gegen, würde ich einfach mal, äh, die Geschichte hier nehmen. Himmelsleiter kann ich eigentlich, aber die lassen wir mal noch drin. Und dann würde ich mal sagen, let's go. Dann geht's jetzt los mit meinem selbst erstellten Parcours. So, da haben wir erstmal das hier, wo ich gesagt habe, das kann ich nicht, man sieht es auch schon, dass ich es nicht kann. Ich bin jetzt gerade mal so rübergekommen. Ja, dann kommt, achso, das ist das. Ja, das kann ich ja. So, fertig. Die Dinger können, kann ich eigentlich auch ganz gut. Das ist noch ein bisschen tricky hier. Also, weil man da genau drücken muss, habe ich auch noch nicht so rausgefunden. Nochmal hier gerettet. So, jetzt ist meine Kraft alle. So, letzte Chance für mich. So, und da haben wir es schon geschafft. Meinen eigenen Parcours habe ich besiegt. Ich könnte das Ganze jetzt natürlich wieder überspringen, will ich aber nicht. Ähm, ich spiele jetzt noch zweimal ein Training, damit ich noch ein paar Punkte bekomme. Und ja, wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Ähm, ich habe jetzt die zwei Trainingstage noch erledigt schnell. Ich habe mir noch das Zeug geholt. So, jetzt kommt eine World Challenge. 2500 Öcken gibt es dafür. Also, das ist wahrscheinlich schon hart, die Geschichte. So, da sind wir wieder. Let's go. 45 Sekunden Zeit ist wahrscheinlich nur eine Wand. Gucken wir mal, was für eine Wand das ist. Ja, das kann ich nicht. Ich habe keine Ahnung, was ich... Soll ich da drauf bleiben auf dem Knopf? Ne. Ich habe keine Ahnung. Da steht irgendwie, äh, gedrückt halten. Ja, funktioniert halt nicht. Kein Geld, das heißt Training. Ich habe keine Ahnung, was ich da drauf bleiben. Jetzt kommen wir an eine tolle Brücke Oh, die hatte ich vorhin schon mal Die hat überhaupt nicht funktioniert Jetzt müssen wir mal gucken, wie viel Ja, Strange habe ich ziemlich viel Fokus können wir ein bisschen aufrüsten Wie viel Kohle gibt es denn da? 1500? Da muss alles passen Wahrscheinlich wieder nur 15 Sekunden Zeit Wie viel Zeit habe ich denn diesmal? 15 Sekunden, ja, war klar Das heißt, ein Hindernis ist da Das war's Also ich weiß auch nicht, was ich da achten soll, Alter Da kannst du gar nicht auf irgendwas achten Also ganz komisch, naja, egal Schade, dass man dann nur 15 Sekunden Zeit hat Also da könnten sie mal ein bisschen Einen entgegenkommen und sagen, okay, 30 oder was So, dann haben wir wieder ein schönes Training An der Kraft liegt es jetzt meistens nicht am Ende Oh, wie der spielt der denn? Qualifies Oder so Weiter geht's 500 Dollar Gewinn Können nicht gut gebrauchen Und da steht er schon wieder Schauen wir nochmal, was jetzt so abgeht Los geht's Ja, das ging ja schon mal ganz gut Also diese Drehdinger Keine Ahnung Spring, Junge Oh Gott Also das war jetzt echt knapp Wegen der Wegen der Power Ja, jetzt muss ich kurz warten Sonst schaffe ich's nicht Okay, das hat reichen Geschafft Nicht erster, aber trotzdem Ganz gut dabei Na gut, immerhin fünfter, ne Und wenigstens Kohle bekommen Gucken wir doch mal, was wir für 500 bekommen Was wäre denn noch so ganz gut? Kaufen wir das Super Oh Gott, damit Also dieses Ding Hatte ich in einem anderen Teil schon mal Und da, ja Was soll ich dazu sagen? Es ist halt die Himmelsleiter, die niemals aufhört, ne? Die Himmelsleiter, die niemals aufhört Ja, das ist sie Ich hab auch keine Ahnung, wie hoch dieses Scheißteil ist Ich hab's geschafft Oder? Ja, auf jeden Fall bin ich oben Dritter Platz Nicht schlecht Ja, ich bin ja ein paar Mal Ich glaube, ich bin zweimal hängen geblieben 2500 Ey, das ist wirklich ein Riesensprung Geil Ja, da kann ich ja jetzt nochmal ein bisschen aufrüsten hier Was ist denn locker? Ja, so ein Clowns Kostüm wäre ja auch nicht schlecht, ne? Aber Es bringt halt überhaupt nichts, diese Kostüme sich zu holen Ich glaube, das ist Trophy relevant Sie sich die Dinger zu holen Aber Ich mach jetzt erstmal hier nochmal Weil Ich glaube, Fokus ist so Schon noch wichtig Ich glaube, ich hol mal Fokus Und dann haben wir schon wieder das nächste Das nächste Event Da gibt's auch nur 500 Das heißt, es kann nicht so schwer sein Und kann wirklich nur Ein so ein Ding sein Oder wat? Also ich lass mich hier gerne überraschen, ne? Gucken wir mal Ich seh's halt nicht, was es ist Okay, es ist ne Zeit vorwärts Das heißt, es wird mehr sein Ja, so langsam hab ich auch den Bogen raus hier Spring nochmal Knappe Sache Knappe Sache, aber trotzdem geschafft Zweiter Nicht schlecht 500 Kann man was mit anfangen So, dann machen wir mal Workout Ich hab jetzt 2750 Da hol ich mir nochmal hier Die Geschichte Stamina Und Ja, was hol ich mir denn noch? Nochmal Stamina Ich mein so Das brauch ich eigentlich, ne? Ja Let's go Okay Das dürfte das Finale sein Es gibt auch nur 1000 2 Minuten 35 hab ich Zeit Okay Weiter geht's Alles noch möglich Oh Gott Das hasse ich ja Ja Also da Da Zerhaut's mich irgendwie immer Letzte Chance Ja Junge, ich hab keine Ahnung, was ich da machen soll Ich drück schon immer das alles, aber Das funktioniert irgendwie nicht Ja, super Jetzt hab ich die ganzen Dinger hier beendet Ja Das war die Karriere Die hab ich jetzt einmal durchgespielt Aha Okay Das heißt, ich müsste mir jetzt einen neuen Charakter anlegen Und das alles nochmal machen Wenn ich die Karriere nochmal machen möchte So wie's aussieht Okay Dann würde ich mal sagen Ich bin heute für die Folge durch Schauen wir mal, ob noch eine neue kommt Weil wir haben ja noch den Quickplay Den könnte ich mir nochmal genauer angucken Und ansonsten Vielen Dank fürs Zuschauen Und ihr könnt gerne abonnieren Vergesst bitte nicht die Glocke anzumachen Äh, ihr könnt mir gerne Kommentare hinterlassen Wenn ihr Einen Tipp für mich habt oder so Und ja auch gerne liken Und ansonsten würde ich mal sagen Bis demnächst Haut rein Und ja, bis dann Ciao Ciao